Oh mein Gott! Wie haben wir das denn jetzt überlebt? Wieso ist das Fenster ganz? Was ist hier los? Kim! Er steht in der Mitte eines vor kurzem saubergemachten Zimmers. Der Deckenventilator über seinem Kopf wirkt wie ein Heiligenschein. Sein Gesicht ist mit blauen Flecken übersät. Ähm. Was ist passiert? Ist der tot? Ich schlucke. Ich bin zur Seite gesprungen. Mach deine Pause. Oh mein Gott. Die sind alle tot? Eugene? Moment. Angus und Theo haben es nicht geschafft. Die sind beide gestorben. Elaine und der Musiker? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Sind die jetzt auch tot oder nicht? Aber Taitis müsste leben. Mhm. Der Lieutenant nimmt eine Zigarette aus seiner Jackentasche und zündet sie an. Ein bitterer Geruch füllt das Zimmer. Ich dachte, sie rauchen nur eine am Tag. Mhm. Und sie sind alle tot? Alle drei Sicherheitskräfte? Warum nicht? Er atmet den Rauch ein und überlegt. Wie viele Verluste hat es in den Reihen der Gewerkschaft gegeben? Insgesamt. 5. Glenn, Theo, Schenke, und Angus. Der fatten. Er hat viele Blätter genommen. Glenn, Theo, Schenke, Angus. Und Lizzie? Und Elisabeth auch. Oh nein. Elisabeth Buffer war ihr Name. Der Gärtner. Ach, Scheiße. Sie hat nicht überlebt. Nein. Sie bled out, bevor Evraths Surgeon could help her. Evrath sent his personal doctor blood. Hätte ich ihrem Anführer die Theorie nur geschickter präsentiert. Hm. Stimmt das so? Oh Mann. Und das ist... Ein absolutes Desaster. Scheiße. Er hat gerade 6 gesagt, oder? Und da steht 7. Das Szenario hat noch nicht materialisiert. Ah, also haben wir nicht das schlimmste Ende abgekriegt. Oder was? Und... Wir sind immer noch alive. Beide uns. Ja, also am schlimmsten hätte ich es gefunden, wenn Kim gestorben wäre sowieso. Sein Smokin. Sein Hunched Back. Du hast es schlimmer. Aber er hat eine wirkliche Bescheid. Diese Zigarette hat medizinische Worte. Dieses Zimmer, es ist sauber. Mr. Guard cleaned it. It took him an entire day. Wie lange war ich weg? Two days. In and out. You've been happy enough to take Dramine and curse. And drink water. Was haben sie gesagt? Sunrise. Sunrise Parabellum. Sunrise prepare for war. It's an all revolutionary thing. Mhm. Ja, Parabellum. Das heißt für den Krieg. Ähm. Meine Waffe, dass es dafür eingraviert. Ist heute Krieg? Ich hoffe auch, da kommt nichts. Gut. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie nicht so okay. Damit, äh. Wie schlimm bin ich verletzt. Kann ich laufen? We will see. If it's possible, then by pure willpower alone, you are going to have to become a Psycho-Loco-Motor. Mhm. Ich bin ein Psycho-Loco-Motor. Good. You'll need to be, whatever that is. War jemand von meinem Revier hier, um mich zu besuchen? No. Nett. A man and a woman sit in the front seat of an armored motorcarriage. The woman is driving. The man lights a cigarette. Jean Vic Mere is his name. The asphalt vanishes under the wheels of the machine. Ahead. Harbor-Cranes rise to the sky. Die haben uns also schon komplett aufgegeben, oder was? Hm. Ich bin denen vollkommen egal. I called your station after the fight. The injury was locked in. They told me they've sent officers to join you on the site. Merkwürdig. Sie haben aber niemanden gesehen, oder? I'm sure they're worried about you. Hm. Ich weiß nicht. Wer hat mich behandelt, wenn nicht mein Revier? I did. Danke. No need. Hm. Sind sie verletzt? Not very. I have a concussion from that woman beating me with the butt of her gun. I tried to not move too much. Things would be worse if you didn't warn me. Thank you. I did not see her coming. Stupid of me. Nett, aber er hat sich einfach nur Sorgen gemacht um uns. Wow. Okay. Ich hätte gern auch das mit der Pissjacke gesagt. Ich wollte das eigentlich so als letzten Gag machen, aber ja. Keine Gelegenheit mehr dafür. Easy now. Vor deinen Augen verschwimmt der Lieutenant wieder zu einem Doppelbild. Ein oranger Farbfleck des Schmerzes. Du kannst es nehmen. Du kannst es nehmen. Just don't lean on that leg of yours too heavily. How are you? Hm. Ich fühle mich wie neu geboren. Hocken wir die Hütte. He nods. Ah doch, ich kann es sagen. Juhu. Und, äh, Autsch. Es ist noch nicht Autsch-Zeit. Du gehst nur auf die Druamin-Pille eine Stunde vor. Warte, bis sie ausweist. Autsch. Es ist noch nicht Autsch-Zeit. Du gehst nur auf die Druamin-Pille eine Stunde vor. Warte, bis sie ausweist. Aber die Pissjacke hatte er ja eigentlich auch nie an, ne? Kim, die Pissjacke. Haben Sie sie ausgezogen? Ja. Die Schalke war nicht mehr lustig. Ich habe sie ausweist. Er ist sie doch gar nicht angehabt. Hm. Wie geht es jetzt weiter, Kim? Ich ehrlich gesagt nicht weiß. Sie wissen es nicht? Wir können nicht mit Everhart sprechen. Der Harbour ist in Lockdown. Jeder da ist jetzt außerhalb unserer Garten. Joyce hat auch geblieben. Dank unserer Medling. Sie denken nicht, dass es eine gute Idee war? Ich weiß nicht, was zu denken. Es könnte nicht eine schlechte Idee sein. Es ist ein Pinn irgendwo in der Maschine. Ich meine, etwas hält Connell aus einer Todesquad. Hm. Er blickt zum Fenster hinaus. Vielleicht ist es sie. Vielleicht hat sie ihre Hand gehalten. Either way. Ruby ist weg. Und Klassio auch. Wir sollten wirklich sie verhaftet haben. Du weißt? Ja. Das habe ich ja auch gesagt. Aber du wolltest selber, dass wir sie nicht verhaften. Ich habe nur auf dich gehört. Moment mal. Sie haben nachgesehen? Sie ist wirklich? Guard confirmiert. Sie hat 20 Minuten vor dem Tribunal herausgekommen. Hm. Diese Schlampe. Wer war es dann, Kim? Wer hat den Gehengten auf dem Gewissen? Hm. 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 Das ist ja fantastisch. Ich habe komplett versagt. Hm. Es besteht immer noch eine Wahrscheinlichkeit von 28 Prozent, dass der Schuss aus der Ferne abgefeuert wurde. Wir sollten nachher gehen. Rethink die Ballistik in situ. Ich glaube damit. Was noch? Sie? Da ist das. Du kannst Ballistik machen. Was denn für Blumen? Was? Sie waren auf dem Dach. Ich habe sie... Ich habe sie nicht erwischt. Ich verdammter Tollpatsch. Every piece of garbage in the city is not connected to the case. You don't have to catch everything. Doch, das war bestimmt wichtig. Was ist mit dem Loch in der Wand? Jemand hat ein Auge auf sie geworfen. I don't know. That's been there for years. Die gottverdammten Fußspuren. Yes. Gott kursiert die Fußprinze. Sie haben uns nicht das Problem solve. Oh Diable. Eine altertümliche Kugel aus einer Bellemagraph. 44,6 Millimeter. Wie schwierig kann es schon sein, so eine zu finden? Wie schwierig kann es sein? Überall sind diese... Ja, ja. Mein Finger ist ausgerutscht. Überall sind diese alten Bunker und Waffenverstecke aus der Revolutionszeit. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie alle so scheiß nutzlos sind. Wissen Sie, was ich von der Verbrechensaufklärung halte? Er schreift seine Bräume. Der Bunker fangt auf die Hände. Der Bunker fangt auf die Hände. Der Bunker fangt auf die Hände. Sie sind noch nicht bereit aufzugeben, oder? Nein. Sind Sie bereit, zu schlafen? Ich bin bereit. Gut. Warum wollen Sie auch zu schlafen? Okay. Wir sollten Klaas jetzt Zimmer untersuchen, oben. Warum nicht? Er drückt seine Zigarette an der Sohle aus seinen Stiefel aus. Und wir sind immer noch im Game. Frisch ersetztes Glas, das im Morgen nicht glänzt. Von draußen dringt Verkehrslärm herein. Du bist wieder unter den Lebenden. Ja. Was passiert? Habe ich Würfelproben? Nein, habe ich nicht. Das Fenster. Mhm, 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 mhm. Ich habe zwei Fähigkeitspunkte. Sollten wir doch noch irgendwas freischalten vielleicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich lasse es so und nutze es dann, wenn, dann eher hierfür. Okay. Du siehst schimmernde weiße Keramik. In der Wanne liegen keine Flaschen. Alle weggeräumt. Nanu, die Tür steht offen. Du kannst einfach in Kims Zimmer spazieren. Ist es auch repariert? Das Stereotonbandgerät hat endlich seinen rechten Lautsprecher wieder. Hm. Nein. Keine Zeit. Irgendwas. Nein. Spiegel. Ich muss auch nicht sitzen. Nein. Ähm. Wie, wie, wie. Ja. Komme ich nächste rein? Aha. Ah, dabei ein süßes kleines Zimmer. Der Wecker ist auf 56 gestellt. Vorbildlich. Im Schrank liegt medizinischer Bedarf. Mehr Romin, ein Skapel, Antibiotika. Ja, er hat uns ja versorgt. Was ist das denn? Hm. Danke, dass Sie dieses Monstrum noch etwas länger am Leben gehalten haben. Ja. Komme ich hier raus? Nein? Na gut. Ja. Aber das Bein tut weh. Vielleicht geht es ja, wenn du nicht rennst. Oh, okay. Oh, dann bin ich aber so langsam. Mal aufzurennen vielleicht. Sie hat etwas auf dem Tisch hinterlassen. Ja, kann ich mir das angucken? Wente. Ja. Ich bin jetzt schon sauer. See you at the return. P.S. I didn't kill him. P.P.S. Gift upstairs. A gift. Der Lieutenant wendet sich misstrauisch der Treppe zu und versucht herauszufinden, ob oben in den Schatten noch jemand anwesend ist. Was könnte das für ein Geschenk sein? I am not drawing my gun. Yet. But I don't like gifts. He says he's not, but his hand moves instinctively toward his holster, as he studies the note. Just don't walk into another radio trap. Okay. Relax. Not everyone is out to trap you. Sie scheint in Eile gewesen zu sein. It's hardly surprising. Hm. Mich auch nicht, ehrlich gesagt. Können wir nochmal in den Medizinschrank reingucken? The medicine cabinet is empty. Not even a toothbrush. Pity. Ich hatte irgendwie gehofft, dass das Geschenk da drin wäre. I always took you for more of a drunk than a chemical abuser. Lieutenant here freighter. Should we go? Sie hat wirklich alles mitgenommen. Mhm. She certainly had her priorities straight when she was packing. Mhm. Mhm. Um aufzulaufen jetzt. Mit Doppelklicken muss das doch eigentlich gehen, oder? Hm. Ein roter Faden aus Nylon, er führt aus dem Zimmer heraus und aufs Dach. Will sie uns jetzt zeigen, woher der Schuss kam? Ist das jetzt ihr Ernst? Jetzt? Ich bin so sauer. This is Ballistics. She's left her trajectory for us. Mhm. Mhm. Und wo führt der Faden hin? Ja. Die Insel. Deshalb konnten wir da noch nicht drauf. Will sie uns damit sagen, dass der Schuss von dem Eiland kam? Auf dem Eiland gibt es Ruinen, eine versunkene Seefestung. Das habe ich durch das Münzfernrohr gesehen. Es sieht aus dem Fenster und zur Bucht hinaus. Woher wusste sie, wie man das macht? Mhm. Mhm. Ja, allerdings. Das ist ihre Art, sich zu entschuldigen, wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Ja. Außerdem ist das ein Ort, den wir noch ausschließen müssen. Vielleicht sollten wir der Insel einen Besuch abstatten. Der Wind fährt durch das offene Fenster. Der Lieutenant seufzt und starrt in die kalte Ferne auf der anderen Seite des Wassers. Ich erinnere mich an einen Flugabwehrturm oder an die Ruinen von einem auf der Insel, was ich durch das Münzfernrohr gesehen habe. Er nickt. Ich mache mich auf den Weg zur Insel. Kommen Sie mit? Natürlich, natürlich. Ich meine... Hm. Er sammelt sich einen Augenblick und sagt dann... Joyce-Messier hat einen Schluck, aber sie ist weg. Ah, ja, natürlich. Die Stadt. Let's go. Okay, Kim. Let's go. Kim ist motiviert. Noch einmal kurz hier rausschauen. Der Faden ist an der Antenne befestigt. Oh, okay. Alles klar. Ah, ah, ah. Fahre hinaus zur Insel. Das könnten wir noch machen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Verpackt. Aha. Jetzt ist nur noch das offen. Werden wir also erledigen. Das hoffentlich auch. Und das hoffentlich auch noch auf dem Weg. Gut. Ähm. Ne. Keine Würfelproben freigeschaltet. Dann können wir gehen. Okay.